Ehren die meisten Christen noch ihren Vater im Himmel? Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Und auf diese Frage möchte ich gleich mit einem Bibelvers aus dem Alten Testament anschließen, wo es heißt Ein Sohn soll seinen Vater ehren und ein Knecht seinen Herrn. Bin ich nun Vater, wo ist meine Ehre? Malachi 1, 6 Ein Sohn soll seinen Vater ehren? Der Herr Jesus, der Sohn Gottes, ehrt Gott den Vater immer, zumal er ihm auch unterstellt ist. Ich gehe zum Vater, denn mein Vater ist größer als ich. Johannes 14, 28 Und ein Knecht soll seinen Herrn ehren. Wir als Knechte ehren unseren Herrn Jesus Christus. Stichwort Nachfolge, siehe Lukas 9, 23 Jesus ist unser Standard, wie wir als Christen zu leben haben auf Erden. Und wenn wir so leben, werden wir auch den Vater im Himmel damit ehren. Außerdem sollten wir alle beachten bzw. bedenken, dass der Vater unseres Herrn Jesus, auch der Vater von allen neugeborenen Christen ist. Das heißt, unser Gott ist der Gott unseres Herrn Jesus Christus, dem alle Ehre gebührt. Jesus spricht zu ihr, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Gehe aber zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Johannes 20, 17 Ja, nur nochmal ein paar Aussagen vom athanasianischen Glaubensbekenntnis. Hier zwei Auszüge. Zitat Nun haben wir auf der anderen Seite Aussagen des Kirchenvaters Origenes und Tertullian. Kirchenväter, die an der Entwicklung der Trinität Einfluss hatten. Also wir lesen, Origenes hielt dabei an einen strengen Monotheismus fest, also den Glauben an einen Gott, in dem Jesus Christus als Mensch gewordener Sohn Gottes dem Vater nicht gleichrangig, sondern untergeordnet sei. Origenes sagt also, Jesus, der Sohn Gottes, sei dem Vater untergeordnet. Aber wir lesen ja hier, dass alle drei allmächtig sind und keiner der Erste, keiner der Letzte, keiner der Größte und keiner der Kleinste ist. Also wieder eine widersprüchliche Aussage gegenüber des athanasianischen Glaubensbekenntnisses. Und diese Ansicht vertrat auch Tertullian, der dafür den Begriff Monachianismus benutzt und später der Arianismus. Das erste nizänische Konzil verbande diese Lehren im Jahr 325. Also auch Tertullian war derselben Meinung wie Origenes. Wir lesen also, dass Kirchenvater Origenes und Tertullian gegen eine Gleichstellung des Vaters und des Sohnes waren. Nur so am Rande, Tertullian ist der Erfinder des Wortes Trinität, wie man es heute kennt und lehrt. Und Hinweis, beide sprechen mit ihren Aussagen gegen das heutige Trinitätsdogma, welches im athanasianischen Glaubensbekenntnis festgelegt ist. Das athanasianische Glaubensbekenntnis sagt aber, alle drei Personen sind gleich groß und insgesamt gleichgestellt in ihrer Allmächtigkeit. Die Mitgründer, also die Erfinder des Dogmas, aber sagen, nein, Jesus ist dem Vatergott untergestellt und damit kleiner als er. Und was sagt Jesus selbst? Stoppt das Video und lest euch die Bibelverse selber nochmal durch. Und macht euch wie immer eure eigenen Gedanken dazu. Die Quellen sind in der Infobox. Ich hoffe auf jeden Fall, ich konnte euch wieder ein bisschen mehr Erkenntnis dazu schenken. Wünsche euch auf jeden Fall Gottes reichen Segen. Prüft alles, das Gute behaltet. Lest viel selber in der Bibel. Nährt euch vom Wort Gottes laut Matthäus 4. Und ich wünsche euch auf jeden Fall Gottes reichen Segen in Jesu Namen. Und so Gott will, bis zum nächsten Video. Euer Christian. Ciao, ciao. Ich wünsche euch auf jeden Fall.